So, in diesem Video wollen wir mal der Frage nachgehen, ob der Satz von Lagrange umgekehrt werden kann. Umkehrungen des Satzes von Lagrange. Also der Satz von Lagrange, kurze Erinnerung, der sagt, wenn ich eine endliche Gruppe habe und eine Untergruppe in der endlichen Gruppe, dann teilt die Ordnung der Untergruppe die Ordnung der Gruppe. Also wenn h Untergruppe von g und g ist endlich, impliziert Ordnung von h teilt Ordnung von g. Und das, was da rauskommt, das ist die Anzahl der Nebenklassen, der sogenannte Index von h in g. Und was bedeutet jetzt überhaupt Umkehrung? Umkehrung bedeutet jetzt, ich weiß vielleicht einen Teiler von der Ordnung von g und frage mich, gibt es auch eine Untergruppe, die diese Ordnung hat. Angenommen, eine Zahl a teilt die Ordnung von g, gibt es eine Untergruppe der Ordnung von g. Und das ist nicht immer der Fall. Und wir lernen jetzt einen starken Satz kennen, der sagt, bestimmte Fälle angibt, in denen das der Fall ist. Erst haben wir mal eine sehr wichtige und bekannte Spezialisierung des Satzes. Also der Satz, den wir gleich kennenlernen werden, ist der Satz von Sylo. Und vorher aber noch eine Vereinfachung, die man sich sehr schön merken kann, der Satz von Cauchy. Cauchy hat ja viele Sätze bewiesen, vor allen Dingen auch in analytische Sätze, also über zum Beispiel Funktionentheorie oder so. Und hier ist aber mal ein gruppentheoretischer Satz. Also wenn Sie jetzt meinen, so ein Cauchy's Theorem in Group Theory, würde es auf Englisch heißen, also Cauchy's gruppentheoretischer Satz. Und der sagt, wenn P eine Primzahl ist, dann gibt es eine Primzahl, die die Gruppenordnung teilt, dann gibt es eine Untergruppe. Es gibt nicht nur eine Untergruppe, es gibt sogar eine zyklische Untergruppe, also ein Element von dieser Primzahlordnung dann. Also der P Prim mit P teilt die Ordnung von G für eine endliche Gruppe G. und der Satz sagt dann, dann existiert sogar ein Element x in G, dessen Ordnung P ist. mit Ordnung von x gleich P. Also insbesondere ist die davon erzeugte zyklische Untergruppe eine Untergruppe der Ordnung P. So, den Beweis machen wir jetzt hier nicht. Beweis kann man in der Literatur finden. Das ist ein Induktionsbeweis. Induktion nach Ordnung von G. Wir diskutieren jetzt noch einen stärkeren Satz, den wir auch nicht beweisen werden. Aber diesen Cauchy-Satz, den kann man häufiger brauchen. Und bevor wir uns den stärkeren Satz von Sylo anschauen, erstmal ein paar Definitionen, die dafür nötig sind. Und, achso, meine Nummerierung, mit Zahlen war ich immer schlecht. Machen wir hier den Cauchy ein bisschen hier rüber, damit hier noch eine, so, jetzt darf ich es nicht versauen, 1,32 hinpasst und eine Definition 1,33. Jetzt scrolle ich mal hoch, ob das alles passt so. Hier war nix, war nix, war nix, war nix. Satz, Satz, Lagrange, Normalität. Hier gab es ein Korrela 1,31. Nach 31 kommt 32 und dann kommt 33. Okay, also bin ich jetzt wieder in der Spur. So, meine Definition. Da definiere ich jetzt ein paar bestimmte Namen für Untergruppen. Also sei G eine Gruppe und P eine Primzahl. So, und dann der erste Punkt ist, ich nenne eine P-Gruppe, irgendeine Gruppe, die die Ordnung P hoch Alpha hat. Eine P-Gruppe ist nicht eine Gruppe der Ordnung P, sondern eine Gruppe der Ordnung P hoch Alpha für irgendeine Alpha. ist eine, hat jetzt mit G noch gar nichts zu tun, eine Gruppe der Ordnung P hoch Alpha für Alpha größer gleich 1 beliebig. Also eine P-Gruppe ist eine Gruppe, deren Ordnung eine Primzahlpotenz ist, also eine Potenz von P. Deswegen mache ich das P dahin. Eine P-Untergruppe von G ist jetzt eben eine Untergruppe, die eine P-Gruppe ist. Eine P-Untergruppe ist eine Untergruppe, die eine P-Gruppe ist. Eine P-Gruppe ist. Und jetzt kommt das Beste, eine P-Sylo-Gruppe ist jetzt eine maximale P-Untergruppe. Und das spezifiziere ich jetzt mal genauer. Also sei die Ordnung von G gleich P hoch Alpha mal M und M teilerfremd mit P. Und P teilt nicht M. Das heißt, ich habe die Ordnung von G faktorisiert in alle Potenzen von P und den Rest. Ja, in der eindeutigen Primfaktorzerlegung. Also diese P teilt nicht mehr das M. Das ist also die maximale Potenz, Alpha die maximale Potenz von P, die in der Ordnung von G drin steckt. Und dann ist eine P-Sylo-Gruppe, ist dann eine Gruppe von der Ordnung P hoch Alpha. Eine P-Sylo-Gruppe in G ist eine P-Untergruppe der Ordnung P hoch Alpha. Der maximalen Ordnung P hoch Alpha. Ja, die Untergruppen, wir wissen ja nach dem Lagrange, die müssen Teiler sein. Also die maximale P-Untergruppe, die da existieren kann, ist eben eine Gruppe der Ordnung P hoch Alpha. Weil wenn ich die Primfaktorzerlegung von dem G kenne, dann weiß ich auch, was die möglichen Ordnungen von Untergruppen sind. Das ist ja der Satz von Lagrange. Okay, also das ist eine P-Sylo-Gruppe. Sylo war ein norwegischer Mathematiker, der so im 19. Jahrhundert gelebt hat, war die Gruppentheorie. Ganz groß in Norwegen. Okay, und jetzt machen wir noch eine Bezeichnung für die Menge der Sylo-Gruppen. Die bezeichnen wir mal mit Syll. Brauchen wir das überhaupt? Naja, brauche ich eigentlich nicht. Also manchmal macht man noch eine Bezeichnung für die Menge aller Sylo-Gruppen, aber ich brauche die jetzt hier nicht. Okay, so, jetzt kommt der Satz von Sylo. Satz 1,34. Sylo. So, das erste ist erstmal, wir brauchen wieder dieses Setup, also sei G, Ordnung von G gleich P hoch Alpha M mit P' und teilt nicht das M. P teilt nicht das M. Und er sagt, der erste Satz, es gibt immer eine P-Sylo-Gruppe. Also immer, wenn ich die maximale Potenz von irgendeiner Primzahl identifiziert habe, die in der Gruppenordnung drinsteckt, dann gibt es auch eine Untergruppe mit der Ordnung. Es gibt eine P-Sylo-Gruppe. Zweitens, wenn ich irgendeine P-Sylo-Gruppe P habe, P, eine P-Sylo-Gruppe, also Groß-P, eine Klein-P-Sylo-Gruppe und dann noch irgendeine andere P-Gruppe und Q, irgendeine P-Sylo-Gruppe. Dann liegt das Q zwar nicht in dem P drin, aber es gibt ein Konjugat von dem einen P, das mein Q enthält. Dann existiert ein G in G mit Q ist eine Untergruppe von dem Konjugat. Also P-Sylo-Gruppen müssen nicht normal sein oder sowas. Das ist jetzt eine andere im Allgemeinen. Aus dieser Aussage, die ich jetzt hingeschrieben habe, folgt übrigens, dass die P-Sylo-Gruppen, die maximalen P-Untergruppen, alle konjugiert sind. Und insbesondere sind alle P-Sylo-Gruppen konjugiert zueinander. Ja, also was soll das heißen? Das heißt, falls P und P' P-Sylo sind, dann existiert ein G mit GPG-Inverse gleich P'. Okay, die sind alle konjugiert zueinander. Egal, welche zwei ich nehme von diesen P-Sylo-Gruppen, ich kann ein Element finden, was die eine in die andere konjugiert. Und wenn ich jetzt einfach nur irgendeine P-Gruppe habe, die eventuell nicht die Ordnung P hoch Alpha hat, sondern nur die Ordnung P oder P hoch Beta für irgendein kleineres Beta als Alpha, dann liegt die in irgendeiner von diesen P-Sylo-Gruppen drin. Und die sind alle konjugiert zueinander, also kann ich auch eine nehmen und dann finde ich ein Konjugat, von der meine gesuchte Gruppe Q enthält. Und die Magie ist noch nicht zu Ende. Es kommt noch was. Die Anzahl der P-Sylo-Gruppen ist auch noch beschränkt. Also hat eine erfüllt kombinatorische Bedingung. Die Anzahl, ich nenne die jetzt mal NP, NP der P-Sylo-Gruppen erfüllt zwei Bedingungen. Erstens, NP ist konkurrent zu 1 Modulo P. Das bedeutet, bei Division mit Rest durch P lässt es den Rest 1. Lässt immer den Rest 1. Die Anzahl der Sylo-Gruppen muss immer den Rest 1 lassen. Also es könnte zum Beispiel eine sein, aber dann kann es nur wieder P plus 1 sein. Es kann nichts dazwischen sein. Es gibt immer eine, aber wenn es mehr als eine gibt, dann gibt es schon P plus eine. Und außerdem teilt das NP das M. Und das sind wirklich komplementäre Bedingungen, die man sehr gut einsetzen kann. Und NP teilt M. Also das kommt jetzt vielleicht, nicht nur vielleicht, das kommt mit Sicherheit Ihnen jetzt komisch vor. Also das sind sozusagen so ein, was sollen wir jetzt damit machen mit so einem Satz? Aber was Sie jetzt mitnehmen sollen, also ich zeige Ihnen jetzt gleich ein Beispiel, wie man so einen Satz verwendet, um Gruppen zu verstehen. Und das ist so ein typisches Resultat für die Strukturtheorie von Gruppen. Also Bemerkung, dies ist ein typisches Ergebnis aus der Strukturtheorie von Gruppen. Also Strukturtheorie von Gruppen bedeutet, ich will zum Beispiel alle kleinen Gruppen nehmen. Klein heißt endliche Ordnung mit einer kleinen Ordnung, Ordnung 31. Und ich will jetzt alle wissen, was gibt es da für Gruppen der Ordnung 31. Und ich will Ihnen jetzt mal das vorführen, wie man diesen Sylosatz ausnutzen kann in dem Beispiel einer Gruppe von der Ordnung p mal q für zwei Primzahlen p und q. Ich mache mal noch meine Bemerkung zu Ende. Es ist sehr nützlich, um kleine Gruppen zu verstehen. Kleine mache ich mal in Anführungszeichen. Und Beweis, also den Beweis, ja, nicht hier. Wenn das hier eine 6-SWS-Vorlesung wäre, würde ich den vielleicht machen. Ansonsten, naja, man muss eine ganze Menge Sachen über Nebenklassen und Wirkung der Konjugation beweisen und so, bevor man den Beweis elegant hinkriegt. Wenn Sie den unbedingt sehen wollen, das ist auch sowas, was man super im Pro-Seminar machen kann oder, ja, das plus x in der Bachelorarbeit und so. Oder Sie lesen sich einfach in einem Lehrbuch durch. Okay. Ich will stattdessen zeigen, wie man damit Gruppen der Ordnung p mal q für p und q Prim besser verstehen kann. Sei g eine Gruppe der Ordnung p mal q mit, ohne Beschränkung der Allgemeinheit, p kleiner q, also nicht p Quadrat, ja, also sollen es unterschiedliche Primzahlen sein, aber beides Primzahlen und p, q Primzahlen. also zum Beispiel Ordnung 6 ist 2 mal 3, Ordnung 15 ist 3 mal 5, Ordnung 21 3 mal 7, ja, also wir sprechen jetzt über alle diese Gruppen und mein Ziel ist es, den Satz von Sylo zu verwenden und auszunutzen, dass die Gruppenordnung eine sehr einfache Primfaktor-Zerlegung hat, um was über die Gruppe zu erfahren. So, fangen wir mal an. Also schauen wir uns mal unseren Satz hier an. Dieses p hoch Alpha, wenn ich das g jetzt faktorisiere, ich werde hier diese Faktorisierung p hoch Alpha mal m verwenden und Alpha ist gleich 1 und das m ist das q. Also meine Faktorisierung ist einfach p mal q, das heißt, ich kann den Satz n anwenden auf die p-Sylo-Gruppen und auf die q-Sylo-Gruppen und beide haben einfach diese p-Sylo-Gruppen haben Ordnung p, weil p hoch 1 die höchste Potenz ist, die da drin steckt, ist ja p mal q und die q-Sylo-Gruppen haben die Ordnung q, weil q hoch 1 die höchste Potenz ist, die da drin steckt. Okay? Also betrachte, betrachte hier die p und q-Sylo-Gruppen. Diese haben Ordnung p respektive q. Okay. So. Erste Aussage. Es gibt von jedem mindestens eine. Also, es existieren nach 1 existiert eine Untergruppe p in g mit Ordnung p gleich klein p und ein q in g mit Ordnung q gleich klein q. Okay. Habe ich schon mal zwei Untergruppen. Jetzt will ich mir irgendwas verschaffen über diese Untergruppen und dann schaue ich mir mal den dritten Punkt von meinem Satz an. Der dritte Punkt von meinem Satz sagt was über die Anzahl dieser p-Sylo-Gruppen. Also ich kann mich jetzt zum Beispiel fragen, gibt es da noch andere? Ja. Also ich habe jetzt irgendwie eine genommen und was ist denn diese Anzahl? So. Jetzt machen wir mal das für n q. Also n q ist durch q teilbar, wenn ich 1 abziehe. Nach drittens ist die Anzahl der q-Gruppen, der q-Sylo-Gruppen, ist 1 plus k mal q. Das heißt, die lässt Rest 1 bei Division durch q. Und n q teilt p. n q teilt p. Moment mal. n q teilt p. So, was sind hier die möglichen Werte? Die möglichen Werte sind 1, q plus 1, 2 q plus 1 und so weiter. Aber diese Zahl, die hier entweder 1 oder q plus 1 ist, die soll p teilen. Das ist die insbesondere also kleiner als p. Aber kleiner als p von diesen Zahlen hier, q ist größer als p, denken Sie dran, q ist größer als p. Die einzige Zahl, die das hier erfüllt und das hier erfüllt, ist 1. Also daraus folgt, n q ist klein. kleiner als p und daraus folgt schon, n q ist gleich 1. Weil die einzige Zahl, die kleiner als p ist und teilbar, nee, nach Abziehen von 1 teilbar durch q ist 1. Also ist n q gleich 1. Also ist diese Gruppe eindeutig. also ist q ist eindeutige q-Sylo-Gruppe. So, wenn ich jetzt rumkonjugiere, also die Konjugation, sei mal g beliebig, sei g in g beliebig, und wenn ich jetzt konjugiere, g q g hoch minus 1, hat die gleiche Ordnung wie q, weil die Konjugation ein Automorphismus ist. das ist also auch eine Sylo-Gruppe, ist auch eine q-Sylo-Gruppe. Aber es gibt nur eine. Das heißt, q ist sogar ein Normalteiler in g. Also hier aus dem oberen Satz folgt eben, dass g q g hoch minus 1 ist gleich q ist, wegen der Eindeutigkeit dieser q-Sylo-Gruppe. So, jetzt haben wir schon mal, also die größere von beiden ist ein Normalteiler. Jetzt versuchen wir das auf die, versuchen wir das auf die Gruppe p anzuwenden. Da wird es ein bisschen komplizierter, aber man bekommt auch was raus. Nun zu p. Also n p, die Anzahl der p-Sylo-Gruppen, teilt q. Also dieses n p teilt m. Und daraus folgt schon, n p ist gleich 1 oder n p ist gleich q. Denn der Teiler muss ja kleiner sein. Also kleiner oder gleich, um genau zu sein. Und q ist eine Primzahl. Also wir suchen hier irgendeine Zahl, die diese Primzahl teilt. Das kann eben nur 1 oder q sein. Okay. Und außerdem ist n p konkurrent zu 1 mod p. Und n p ist konkurrent zu 1 mod p. So, jetzt gibt es noch zwei Möglichkeiten. Ja, also das bedeutet, ähm, ähm, so, was bedeutet das? Also wir analysieren die beiden Fälle. Also, falls n p gleich q, ähm, okay, falls n p gleich 1 ist, falls n p gleich 1 ist, so ist p wie oben, wie auch q, q ein Normalteiler. oder, falls, äh, p teilt nicht q minus 1, ähm, so kann n p nur gleich 1 sein. Also, falls n p gleich q ist, also, falls, also, falls n p gleich 1 ist, ist p Normalteiler. Falls n p gleich q ist, muss das q hier erfüllen, dass, äh, es Rest 1 modul p lässt. Also muss dann p n q sein, sonst ergibt sich ein Widerspruch. Ähm, nee, also, Moment, was habe ich gesagt? Also, falls n p gleich q ist, kann ich hier q hinschreiben. Das heißt, ähm, q minus 1 muss durch p teilbar sein, in diesem Fall. Sonst kann n p nicht q sein. Falls also p nicht q minus 1 teilt, so kann n p nicht, äh, q sein. also ist auch dann, ähm, p Normalteiler. Also die einzige Möglichkeit, dass, ähm, die einzige Möglichkeit, dass, äh, dass, äh, p kein Normalteiler ist, äh, ist, ähm, n p gleich q und, äh, p teilt q minus 1. Das kann vorkommen, ja, das kann vorkommen, zum Beispiel, äh, lassen wir uns kurz nachdenken, 2 und 3 erfüllen das. p gleich 2, q gleich 3 erfüllt das, ja, also es kann vorkommen. Und, äh, wir machen jetzt noch mal eine Fallunterscheidung, für diese beiden Fälle. Also zunächst betrachten wir den Fall, dass p Normalteiler ist. Wir den Fall p Normalteiler in g und q ist auch ein Normalteiler in g und erinnern Sie sich da dran, die sind beide zyklisch, weil das sind, äh, beide, sowohl p als q, sowohl p als auch, äh, q sind endliche Gruppen von Primzahlordnung, endliche Gruppen von, äh, äh, Primzahlordnung, also zyklisch. Hatten wir das schon gesehen? Ich muss kurz überlegen. Ja, cut, äh, hier, Korrela 1, 31, sei g eine Gruppe von Primzahlordnung, dann ist g zyklisch. Äh, beweis, ähm, nimm irgendein Element, die davon erzeugte Untergruppe teilt die Gruppenordnung, gibt's nicht, also ist jedes Element ein Erzeuger. Okay? Da steht's. Also sind dieses p und q, was wir hier in unserem, äh, in unserer kleinen Klassifikation der Gruppen der Ordnung p mal q haben, beide zyklisch. Ähm, und wir nehmen mal an, die Erzeuger heißen x und y, mhm, 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 lass mich kurz nachdenken, brauche ich die Erzeuger? Ja. Äh, seien, ähm, p gleich der Erzeuger von e, also x der Erzeuger von p und y der Erzeuger von q. Weiterhin, äh, äh, weiterhin, äh, gilt, äh, p geschnitten q ist trivial, enthält, äh, nur die 1, denn ein anderes Element im Schnitt würde äh, würde sowohl p als auch q erzeugen, äh, als auch q erzeugen, hätte also Ordnung p und q, hätte also Ordnung p und Ordnung q und das ist ein Widerspruch, da p kleiner q Widerspruch, da, äh, p kleiner q ist, p ist insbesondere ungleich q, so, also ist der Schnitt trivial, so, jetzt machen wir eine Übungsaufgabe, Übungsaufgabe, ähm, auf Blatt 4, äh, äh, da beweisen sie, also wenn p normal, p normalteiler in g, äh, q normalteiler in g und, äh, p geschnitten q gleich trivial, äh, impliziert, das, äh, die vertauschen, impliziert das für alle x in p, für alle y in q gilt x y gleich y x, so, das, äh, sollen sie als Übungsaufgabe zeigen, das ist auf dem Blatt, und das wenden wir jetzt hier an, wende hier an und erhalte, dass die Erzeuger vertauschen, also x y gleich, äh, y x für insbesondere unsere Erzeuger hier, okay, die vertauschen also und jetzt, äh, Behauptung, damit ist g zyklisch, damit ist g zyklisch von der Ordnung, ähm, p mal q und, äh, x mal y ist ein Erzeuger. Ja, sie nehmen also einfach die Potenzen von x mal y und sie sehen, dass keine davon 1 sein könnte, wenn eine davon 1 wäre, äh, dann wäre die Ordnung von x schon kleiner als p oder die Ordnung von y schon kleiner als q. So, damit ist dieser Fall abgehandelt, also zusammenfassend, also, äh, also, äh, p teilt nicht q minus 1 ist g schon, ähm, eindeutig festgelegt. Ja, es gibt nur diese eine Möglichkeit, zyklische Gruppe. Also, wenn wir zum Beispiel, denken wir an zum Beispiel, ähm, ähm, Beispiel, ähm, p gleich 3, q gleich 5, wir haben bewiesen, ähm, folgt nur, also, die einzige Gruppe, einzige Gruppe der Ordnung 15 ist z modulo 15z mit plus z 15. Die zyklische Gruppe der Ordnung 15 ist die einzige Gruppe der Ordnung 15. Ja, weil die Gruppenordnung ist der Form, von der Form p mal q mit p kleiner q und, ähm, dieser Fall, äh, p teilt q minus 1 kann nicht eintreten, weil q minus 1 ist 4 und 3 teilt nicht 4. Also, ähm, tritt dieser Fall nicht ein und wir landen immer in dem zyklischen Fall. Es kann diese andere Fall natürlich eintreten, zum Beispiel bei 2 und 3. Zweitens, also, falls p teilt, äh, q minus 1, äh, zum Beispiel p gleich 2 und q gleich 3. diesen Fall kann ich jetzt leider nicht zu Ende ausführen, aber, äh, ich verspreche Ihnen, äh, dass man da auch zeigen kann, in diesem Fall ist die Gruppe auch eindeutig, aber anders. In diesem Fall gibt es eine eindeutige nicht-abelsche Gruppe, äh, nicht-abelsche Gruppe der Ordnung äh, p mal q. So, ähm, mehr kann ich dazu jetzt, äh, nicht sagen, da bräuchten wir noch mehr Techniken, um das, ähm, auszuführen, aber wir können uns das mal in Beispielen angucken, äh, Vergleiche, Ordnung von g gleich 6, äh, da kennen wir z modulo 6z mit Plus, das ist der erste Fall, die hat eben p und q als Normalteile, ja, also, das heißt hier auch nicht, dass das, ähm, dass es nicht auftreten kann, ja, also, wenn p und q 2 und 3 sind, heißt es nicht, dass der erste Fall nicht auftreten kann, ja, das haben wir nicht gezeigt, wir haben nur gezeigt, dass wenn, wenn dieser Fall eintritt, dass dann g schon eindeutig festgelegt ist. Wenn dieser Fall hier eintritt, kann das obere trotzdem noch passieren. Es kann immer noch der zyklische, diese zyklische Struktur kann immer noch, äh, eintreten, ja, ähm, weil einfach sozusagen, hier war ja eine Fallunterscheidung, äh, nach dem nq, so, wo war sie, das nq, das kann eben, ne, das np, das np kann 1 oder q sein und wenn das np einfach 1 ist, dann kommt eben eine zyklische Gruppe raus, egal, ähm, ob, ähm, p jetzt q minus 1 teilt oder so, ja, also, es gibt ja so verschiedene Abzweigungen in dieser Klassifikation und man muss sich immer überlegen, welche noch eintreten kann und welche nicht. so, also das ist die, äh, eine Verzweigung, ist, dass da z minus 6 z rauskommt, aber es gibt eben jetzt hier auch die andere Verzweigung, die andere Verzweigung führt zu einer nicht abelschen Gruppe der Ordnung 6 und da kennen wir auch eine, äh, s3 ist die nicht abelsche Gruppe, nicht abelsche Gruppe der Ordnung 6 und, äh, das sind in diesem Fall die einzigen. So, man, ähm, noch, was kann man jetzt noch sagen? Schlusswort, man kann allgemein zeigen, äh, man kann zeigen, ähm, Ordnung von g gleich p q, äh, impliziert g ist ein sogenanntes semidirektes Produkt. Das haben wir noch gar nicht kennengelernt. Ich sage das jetzt nur, um, äh, fancy zu klingen. Semidirektes Produkt von zwei Untergruppen, von denen eine normal ist, die größere, von zwei Untergruppen und, ähm, das ist eine sehr, sehr starke Einschränkung. Ja, damit, ähm, damit hat man schon viel gelernt in der Gruppentheorie. Sie wissen jetzt noch nicht, was ein semidirektes Produkt ist. Ich weiß auch nicht genau, ob wir das schaffen. Das wäre eher so Algebra 2 Material oder, ähm, fortgeschrittene, ähm, oder vielleicht auch Pro-Seminar, äh, oder Seminarmaterial. Ähm, genau. Ja, also das, was Sie jetzt mitnehmen sollten, ist, ähm, was ist dieser Sylo-Satz? Und Sie haben eine Anwendung gesehen, wie hier, wenn die Gruppenordnung wenige Teile hat, äh, man sofort sehr viele schöne Struktur über die Untergruppen herausbekommt. Ja, das sollten Sie sich merken. Also Sie sollten sich merken, wir haben versucht, den Satz von Lagrange umzudrehen mit der Frage, wenn wir einen Teiler haben von der Gruppenordnung, gibt es auch eine Untergruppe davon. Und da gibt es eben, äh, diesen ganz einfachen Satz, wenn die Untergruppe, also wenn die Primzahl die Untergruppe, die Gruppenordnung teilt, dann gibt es, äh, ein Element mit der Ordnung und ein bisschen komplizierter diesen Satz von Sylo, dass, wenn ich die maximale Potenz nehme von der Primzahl, äh, dass es dann immer so eine P-Sylo-Gruppe gibt. Alle P-Sylo-Gruppen sind konjugiert. Es gibt bestimmte kombinatorische Einschränkungen an die Anzahlen. Zum Beispiel ist die 1-Modul-P und teilt dann eben den, ähm, Rest, nachdem man die höchste Primzahlpotenz rausgeteilt hat. Und das gibt Ihnen Einblick in so, wie, wie die Klassifikation von kleinen Gruppen, äh, funktioniert.